Hallo und willkommen zum zweiten, ja, zum zweiten Tag, sag mal, Gebiet 2. Vom Event Strahlen der Ernte. So, dann wollen wir mal gucken, ob das hier so ein bisschen, ja, besser ist. Ob das genauso einfach ist. Ah, das ist, diesmal ist das tatsächlich anders. Ah, weil nämlich die Einführung, die gestern war, war eigentlich irgendwie ziemlich quatsch gewesen für das Sammelgebiet. Aber das jetzt ergibt ja ein bisschen mehr Sinn. Also die Einführung, die es halt gestern gab. Aber, das war trotzdem nicht so schwer. Haben es geschafft. Hipp, hipp, hurra. 39 Sekunden, wunderschön. Einsammeln. Und dann geht's morgen weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen mit dir. Vielen Dank.